WB-Web verbindet auf seinem Portal zwei große Bereiche der Erwachsenen- und Weiterbildung. Die Seite der Praxis und die Seite der Wissenschaft. Wissenschaftliche Erkenntnisse werden in WB-Web aufgenommen und zielgruppengerecht aufbereitet. So können die Lehrenden die Forschungsergebnisse praktisch nutzen und sich weiterbilden. Aber auch die Lehrenden selbst liefern Erkenntnisse, Bedarfe und Praxistipps an WB-Web, die wiederum auf dem Portal aufbereitet und allen Nutzenden zur Verfügung gestellt werden. Neben den Neuigkeiten und Empfehlungen auf der Startseite, bieten wir Ihnen mit WB-Web zahlreiche Rubriken zu allen Bereichen der Erwachsenenbildung an. In den Dossiers laufen fast alle Formate zusammen. Zur besseren Übersichtlichkeit gliedern wir unsere Themen in sogenannte Folgen. Vorschauboxen schaffen Übersichtlichkeit und erleichtern Ihnen die Auswahl. In den Wissensbausteinen liefern wir Ihnen Fakten, Definitionen und klären die wichtigen W-Fragen eines Themas. Handlungsanleitungen und Checklisten geben Ihnen praktische Tipps und helfen, Probleme in der Lehre zu lösen. Linklisten und Buchvorstellungen verweisen auf andere Quellen für alle Interessierten, die sich noch mehr mit dem Thema beschäftigen wollen. Interviews, Fallbeispiele und Erfahrungsberichte geben Ihnen Einblicke in Praxis, Politik und Wissenschaft. Alle Materialien stellen wir Ihnen zum Herunterladen und zur freien Nutzung zur Verfügung. Multimediale Inhalte runden unser Angebot ab. WB-Web macht aber auch auf Veranstaltungen im Bereich Erwachsenen und Weiterbildung aufmerksam und bietet den Nutzenden eine Plattform zur Vernetzung und zum Austausch untereinander an. WB-Web erhielt bereits mehrere Auszeichnungen. Informieren Sie sich, bilden Sie sich weiter, werden auch Sie nun Teil von WB-Web. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.